Die Interliving Bad Serie 7.842 überzeugt mit hoher Qualität und einem eleganten Design. Sie ist insbesondere für kleine Bäder sowie Gästetoiletten eine praktische und stilvolle Lösung. Die Front in sandfarbener Beton-Nachbildung und der ebenfalls sandfarbene Korpus verleihen den Badmöbeln eine warme, gemütliche Ausstrahlung. Der schlichte schwarze Metallgriff fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Als praktisches Highlight fungiert das wiederum sandfarbene Wandsteckboard mit einem hochwertigen Steckbeschlag aus Metall. Darauf können Sie kleine Utensilien und Deko-Accessoires platzieren. Zum Badmöbelprogramm gehören überdies der Spiegel mit zwei sandgestrahlten LED-Lichtfenstern sowie der Möbelwaschtisch in edlem Hochglanzweiß mit einer schwarzen Armatur, die einen schönen Akzent setzt. Die Interliving-Bad-Serie 7.842 bietet fünf Jahre Interliving-Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.